Was ist eine mekanische Sura und was ist eine medinesische Sura? Eine mekanische Sura ist eine Sura, die nach der Auswanderung offenbart wurde, selbst wenn sie in Mekka offenbart wurde. Warum? Weil der Prophet hat zum Beispiel bei Fethul Mekka im achten Jahr, war er wieder in Mekka. Und er war ja nicht die ganze Zeit in Medina, der war oft auf Reise gewesen, unterwegs gewesen. Das heißt, wenn wir von medinesischer Sura reden, heißt das nicht unbedingt, dass die Offenbarung in Medina gekommen ist, sondern das bedeutet, nach der Auswanderung. Und wenn wir von mekanischer Sura reden, dann reden wir von einer Offenbarung, die vor der Auswanderung gekommen ist, selbst wenn es nicht in Mekka gewesen ist. Wo war der Prophet beispielsweise in seiner mekanischen Zeit auf Reise? In Teuf zum Beispiel.